Das war es dumm! Und damit... Wer benutzt TS? Was? Wer benutzt noch TS? Hallo, Donkey Kong Country 2! Hallo, war das jetzt live, was ich gesagt hab? Ja, hä, wieso TS? Wer benutzt noch TS? Ich meinte es doch, ich schreib jemand in TS. Nein, in Steam! Ach, in Steam, hast du aber TS gesagt, oder nicht? Das halte ich für ein Gerüst. Nein, nein, nein. Ich wollte dich grad mir holen, ne? Ja, ja, mach das ruhig. So macht man das. Naja, meine Methode war viel schneller. Hast du das gesehen? Toiletten fast geworfen. Ich bin bei Eindruck! Danke. Danke. Ich glaub, das geht gut. Ich wollte nur nach dahin teleportieren, weil jetzt kommst du besser ran. Das sind ja so die Feinheiten hier. Mhm. Siehst du, wie einfach ich das mache? Wie ich da durchschwebe. Da, zack, zack! Nicht schon wieder! Doch, jetzt hat er das gelernt. Ja, beim letzten muss man hier auf jeden Fall ein bisschen runter. Und irgendwie... Ja, easy. Ich hab nur kurz nach unten gedrückt und danach gesprungen. Ja, irgendwie ist er ans gesprungen, leider. Aber das schaffst du jetzt. Ja, wenn er sich nicht festhält, kann ich da nichts machen, ey. Du bist aber auch voll langsam so gesprungen. Also... Tja... Ich track nur die Tasten. Den Rest muss das Spiel erledigen, ne. Also, das kann ich nicht machen. Delay. Dann war da wahrscheinlich irgendwo ein Input weg oder so. War einfach der Delay. Alter, ey! Wo geht das? Jetzt hier, ey! Das ist die Jayco-Strategie. Jetzt hier! Oh! Was? Warte hier, jetzt hier! Trickshot! Ja. Alter, nein! Ah! Was ist das? Ich bin da links, ne? Ja. Pass aber auf, ich kann wiederkommen. Nein. Doch nicht. Ja, bis hier mal Abwechslung. Abwechslung. Zu Abwechslung mal sterben. Nö. Nö. Knapp daneben. Nö. 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 das ist so viel druck für mich gerade bin ich bereit checkpoint danke danke alter da ist er doch man muss nur schreien du bist kaum da konnte ich gar nichts er ist halt so gelandet und dann konnte ich nicht springen einfach weil er noch in der luft war halt so weißt du sollst man lieber nicht so mitnehmen ach wer ist sherlock holmes sind so schlechte fässer ist ein dickes minus drauf das war knapp das ist so eine kacke mit dem bienen kann man da nicht drauf mit dem gerät nee bei jedem anderen toll geht es aber für den ersten vielleicht nicht aber sonst naja ich glaube wir gehen hier game over ach hier doch nicht für die machen wir überhaupt äh noch ein paar oh das war sehr knapp das ist so eine huren so ein stelle man kann auch unten da ja das ist das mal probieren ich weiß nicht muss die zwei bienen schaffen weil mittlerweile kann es den anderen teil etwas das scheitert ja wieso ist bloß was gesagt schnell springen ohne spaß das springen aber nicht ich weiß nicht warum lange ich blinke kann ich irgendwie springen oder so ich weiß es nicht viel leben aber ich wollte es schon sagen kannst du nicht so ein bisschen nach links drücken und nicht lange zu machen damit du die nicht so einsammelst glaub mir ist das scheiße du schickst eine neue das ist wieder uh die horen go treff bitte nein alter Aber du hast immerhin bis zum G geschafft. Stimmt, wir haben Leben bekommen. Ja. Sollen wir Bananas einsammeln dann automatisch, ne? Also die Biene ist schon kacke. Ne, das wird nichts. Ok, jetzt kannst du aber wenigstens steuern. Ah fuck, ich glaube man muss einfach gar nichts drücken. Ok, die Stelle kann... Ne, ne, gar nichts ist auch zu wenig. Ah, das ist... Drei Leben, ey. Was machen? Ey, wir können nicht mal... Ey, wir können ja nicht raus. Alter. Aber du kannst zwei einsammeln und dann kannst du es noch schaffen. Also zwei rote, aber drei glaube ich ist zu viel. Ja. Du kannst ja versuchen etwas vor ihr zu springen. Ja. Yeah. Wir reden sogar. Find the coin. Nein. Das ist auch scheißegal, wenn du hier stirbst. Alter, wie schnell, ne? Uah! Okay, wo landen wir? Perfekt. Ich bin übersprungen. Alter, jetzt musst du den ganzen Part machen, Jaco. Ja. Oh, das ist so mies, ey. Okay. Fuck, knapp. Ja. Geil. Geht's, Jaco. Good job. Oh! Da glänzt er! Nein! Nein! Die werden... Äh, die... Die haben das geschafft. Das ist doch unmöglich. Die haben mich... Die haben mich dazu verleitet zu hüpfen. Wenn ich den Part schaffen würde. Jetzt komm, Arne, spring es an. Zwei gehen noch klar. Zuerst ein. Ja. Okay, jetzt kommt keiner mehr. Das ist so mies, Daniel. Jawoll. Nice. Good job. Jetzt halt nur nicht in Abgrund, sonst... Kein Ding. Okay. Haben wir's geschafft? Ja! Easy. Ich glaube, links war noch ein Geheims, aber scheißegal. Also links unten. Mein David. Ah, der coole Baum ist schon wieder. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche meinen Partner. Oh, mich läuft hier nichts. Ah, das ist mit Wind. Oh Gott. Ja, super. Ich sehe das schon kommen, ey. Ich werde das hier verfluchen. Das ist ja cool. Das wird so krass mit ihr sein. Das wird so krass mit der Zeit, mit ihm sein. Ich hoffe mal das braucht man hier nicht irgendwo. Boah, er kann die killen. Klar braucht man den Sinn der Junge, so wird es bekommen. Ja. Sonst wäre das ja nicht Nintendo. Auf einer innovative Idee. Bananas. Ich hab glaube das G verpasst. War wahrscheinlich in der Truhe. Das G ist noch nicht hier. Das K ist da. Das ist K, ja meins. K. G, K ist dasselbe. Ja. War das das lustige Wohnslevel? Ja. Spannung. Jetzt aber ein bisschen vorsichtig. Genau. Nein. Das waren zwei Leben. Du Monster. Jetzt. Onzen. Boah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay der kommt. Oh Gott nein Alter. Das kannst du mir gar nicht sagen. Ey das war Leben. Tun wir so weh dass ich nicht eingesammelt habe. Aber das war der scheiß Wind. Sonst soll ich vielleicht den Part übernehmen. Und du bist so ein Anker. Ja. Toll. Wieso hat er sich da nicht festgehalten da oben. Ich hör dich. Ja. Ich hör mich auch. Ach ja. So was haben wir hier. Kann man irgendwo gehen. Oh Gott. Ja gut. Ich springe mit dem Automatis weiter auf wo der Wind nach links geht dann. Ja hat ja gereicht. Was ist deren Ernst. Na egal. Es muss ein Leben. Wir brauchen ein Leben. Leben fahren. 20 Zeit. Ey wir brauchen Funky Kong. Wir brauchen eine Stelle wo man ein gut Leben bekommen kann. Ich bin da dran. Alter wie gemein ey. Alter. 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 Kannst du das besser glaub ich. Das tut weh. Das tut weh. Ja, vor allem, weil du gerade die Cave-Fass weggeballert hast. Ja. Ja, es ist weg. Du könntest von da oben fliegen. So da rübergleiten. Von links. Oben. Okay. Wow, was? Das hat sich in der Luft gedreht. Du musst, ich glaube, wenn man so da rechts springt, dann geht es automatisch nach rechts rüber, wenn du so rüberspringst. Das habe ich halt nicht erwartet. Jetzt habe ich so viel Druck bei diesem Scheiß-Typ hier. Alter, jetzt kommt doch direkt wieder das Fass. Ja, aber dieser Baller-Typ, ey. Und jetzt einfach. Alter, ey. Was für ein Level, ne? Richtiger Shit, ey. Nein, nicht da unten. Oh, no! Nein! Und dann ist Jaco, weiß, was das Schlimmste ist. Ich muss kurz die Tüze machen. Jo, ich mach kurz nen Cut. Jo. 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 Vielen Dank.